Wissen Sie, was ein Frock ist? Ein Firmenrundgang ohne Grund. Das ist natürlich seit Jahren der Running Gag, wie man Firmentratsch in der Kaffeeküche bezeichnet. Aber es gibt auch seriöse und wichtige Firmenrundgänge, die sogenannten Gember Walks. Was ein Gember Walk ist, was das mit Führung vor Ort zu tun hat und warum jede Führungskraft regelmäßig und sorgsam diesen Gember Walk durchführen sollte und auf was man achten muss, damit man eben kein Porzellan bei den Mitarbeitern zerschlägt, das zeige ich im Video. Los geht's! Ich grüße Sie. Mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Was bedeutet Gember? Gember kommt aus dem Japanischen und bezeichnet den Ort des Geschehens oder den Ort der Wertschöpfung oder den Ort des Problems. Aber immer bezeichnet der Gember den physischen Ort, um den es sich dreht und wo man sein muss, um einen unverfälschten Eindruck zu bekommen. Berichtet ein Moderator in den Nachrichten in Japan in einer Außenschaltung von einem Verbrechen oder einem Unfall oder einem extremen Wetterereignis, dann befindet sich dieser Moderator am Gember. Er ist also dort, wo es geschieht oder geschehen ist. Als Student habe ich mir mein Taschengeld aufgebessert und in einem Elektrobetrieb gearbeitet. So richtig in der Fertigung, an der Maschine. Der Betrieb hat Steckdosen, Schalter, Lampen, Stecker und ähnliches hergestellt. Also alles, was man bei der Hauselektrik damals so hatte und so brauchte. In dem Betrieb war säuberlich getrennt zwischen Verwaltung und Produktion. Die Fertigung befand sich in der Produktionhalle. Um 6 Uhr ging die Frühstück los, so mit Werksirene. Da konnte man den Schweiß und das Öl förmlich riechen. Und das Geschrei über die miese Qualität der Vorleistungen aus einem Werk aus Osteuropa. Und über das bescheuerte Warenwirtschaftsprogramm, in das niemand eine vernünftige Einführung bekommen hat. Und warum das benötigte Material nie da war, wann und wo man es brauchte. Die Liste der Unzulänglichkeiten ließe sich fast endlos fortsetzen. Im Gegensatz dazu war im Verwaltungsbau vor 9 Uhr keiner anzutreffen. Der Verwaltungsbau war übrigens schön mit weichen, dicken Teppichen ausgelegt, damit es beim Gehen keine störenden Geräusche gab. Man schwebte förmlich über die Gänge. Die Damen und Herren im Anzug und Kostümchen waren dort in ihrer eigenen Blase gefangen. In der Fertigung waren die nie zu sehen. Deswegen haben die Damen und Herren aus der Verwaltung auch die Probleme in der Fertigung nie live und hautnah miterlebt und mitbekommen. An der Spritzgussmaschine, bei der Verpackung oder eben den Vorleistungen aus Osteuropa. Die massive Nacharbeiten verursachten und viel, viel Ausschuss erzeugten. Man mundert sich wirklich immer nur über das magere Ergebnis bei angeblicher Vollauslastung. Weil die Damen und Herren der Verwaltung nur zahlengläubig waren und nie dort waren, wo wirklich was passiert ist. Nun, es kam, wie es kommen musste. Die Firma gibt es heute nicht mehr. Die ging einfach gewaltig pleite. Also, bei der Führung vor Ort und dem Gember Walk geht es darum, seinen eigenen Sessel zu verlassen und dahin zu gehen, wo das Leben droht, beziehungsweise das Ort des Geschehens ist. Also, in die Produktion, ins Lager, zur Logistik und so weiter. Drehen Sie als Führungskraft regelmäßig Ihre Runden und sprechen Sie mit den Mitarbeitern. Lassen Sie sich die Dinge erklären und lernen Sie so den Betrieb und seine Probleme wirklich kennen. So bekommen Sie also eine unschätzbare Einsicht in das Tagesgeschäft und seine kleinen und großen Probleme, die Sie anhand von E-Mails oder irgendwelchen Reports niemals bekommen würden. Und vor allem, Sie bekommen ja auch den Respekt der Mitarbeiter, weil Sie sich eben für die Prozesse und Ihre Arbeit von den Mitarbeitern wirklich interessieren und auf einen fachlichen Kenntnisstand kommen, bei dem Sie dann auch irgendwann mitreden können. Ihre Mitarbeiter lernen Sie kennen und bemerken, dass Sie sich für bestimmte Themen interessieren. Das ist also zum Beispiel ein Effekt dieses Gember Walks. Und diese Themen werden automatisch besser gehandhabt, weil sich ja der Chef darum kümmert und auch dafür interessiert. Also, Ihre Mitarbeiter können Probleme, die Sie nicht selbst lösen können, auch direkt weiter oben adressieren. Auch das ist ein Vorteil vom Gember Walk. Sie lernen die Mitarbeiter und die Arbeitsabläufe wirklich kennen. Sie bekommen einen ganzen Blick für das Ganze, für das große Ganze, vor allem auch, weil Ihre Gember Walks Sie ja durch den ganzen Standort führen und nicht nur an der einen Montagelinie oder in ein bestimmtes Lager. Sie können Probleme nachverfolgen und fragen, wie diese gelöst wurden und ob Hilfe durch das Management benötigt wird. Also immer Hilfe anbieten in den Gesprächen mit den Mitarbeitern beim Gember Walk. Sie können den Gember Walk ideal mit dem Shopfloor-Management verbinden. Und zum Thema Shopfloor-Management habe ich hier eine ganze Reihe von Videos mit den verschiedensten Schwerpunkten erstellt. Reinschauen lohnt sich. Das sind alle Aspekte vom Shopfloor-Management nochmal genau erklärt. Beim typischen E-Mail-Ping-Pong zu einem Thema können Sie fundiert mitreden, weil Sie eben vor Ort waren, die Situation gesehen haben und nicht nur aus Ihrem Elfenbeintürm heraus irgendwelche Mutmaßungen anstellen. Also es gibt eine ganze Reihe von Vorteilen für die Führung vor Ort und für den Gember Walk. Aber wie führt man jetzt einen guten Gember Walk durch? Stellen Sie sich mal vor, Sie als Hemd- und Krawattetyp kommen in die Fertigung und erzählen es einem langjährigen Maschinenführer, wie man das richtig macht, wie man die Maschine richtig einstellt, damit es noch viel besser geht. Wenn Sie mit Ausschussteilen nach Ihnen werfen, kann ich das verstehen. Man kann auf die Art und Weise mit dieser Besserwisserei, obwohl man überhaupt keine Ahnung hat, relativ viel Porzellan zu schlagen. Und dafür habe ich auch jetzt hier ganz konkrete Tipps für einen gelungenen Gember Walk. Erstens, der Erfolg des Gember Walks steht und fällt mit Ihrer Vorbereitung. Sie haben also als Führungskraft vermutlich nicht die Zeit, den gesamten Betrieb täglich in allen Details zu besuchen und abzulaufen. Das verstehe ich auch, das muss auch irgendwie in den Tagesablauf mit reinpassen. Teilen Sie daher den Betrieb in Arbeitsbereiche auf, in denen auch das Shopfloor-Management dann einfach leichter zu steuern ist. Das Lager, die Versandlogistik, die Produktion, der Vertrieb oder Ähnliches. Also immer so abgeschlossene Arbeitsbereiche. Und was auch immer in Ihrem Unternehmen gibt, so an abgeschlossenen Einheiten, bilden Sie sinnvolle Einteilungen nach diesen Arbeitsbereichen. Besuchen Sie dann je nach Zeit, die Ihnen zur Verfügung steht, immer eine entsprechende Anzahl von diesen Arbeitsbereichen. Der zweite Aspekt der Vorbereitung, planen Sie Ihre Firmenrundgänge grundsätzlich fest in Ihrem Terminkalender ein und reservieren Sie dafür eine angemessene Zeit. Meine Empfehlung wäre, täglich für mindestens eine Stunde zu einer Zeit, in der auch die Mitarbeiter da sind. Denn während der Brotzeit oder während der Mittagspause macht ein Gember Walk keinen Sinn und es ist auch nicht sonderlich respektvoll, wenn man dann den Mitarbeiter bei seiner Mittagspause einfach unterbricht und mit ihm dann reden will über betriebliche Dinge. Kommt nicht so wahnsinnig gut an. Jeder Gember Walk muss zu einem bestimmten Zweck dienen. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt auch. Einfach nur rumlaufen und sich mal umsehen endet immer nur in Smalltalk und Kaffeeklatsch. Dann sind Sie nämlich genau beim Frog, beim Firmenrundgang ohne Grund. Was ist also der jeweilige Zweck des Gember Walks? Dazu habe ich konkrete Beispiele für Sie mitgebracht. Sie werfen einen Blick auf alle Aspekte der Arbeitssicherheit. Das könnte so ein Zweck sein, also ob die Schutzausrichtungen korrekt getragen werden. Sie sprechen mit Mitarbeitern zu beinahe Unfällen oder tatsächlichen Unfällen oder Ähnliches. Also Arbeitssicherheit kann auch ein schönes Thema sein, um einfach ins Gespräch zu kommen. Wo hat man sich vielleicht mal geschnitten oder den Finger gequetscht oder Ähnliches. Da kann man relativ viel rausholen und damit auch die Arbeitssicherheit massiv verbessern. Oder Sie gehen mit dem Fokus auf die Einhaltung der 5S-Methode durch Ihren Betrieb. Und wem jetzt 5S spontan nichts sagt, hier finden Sie tolle Videos zum Thema 5S und vor allem das, was ich hier verlinkt habe als Einstieg ins 5S. Schauen Sie mal mit rein. Oder Sie möchten einen bestimmten Prozess, einen Arbeitsablauf verstehen. Dann gehen Sie doch zu den Mitarbeitern und lassen Sie ihn sich erklären. Fragen Sie, ob die Tätigkeit unter Aufsicht des Mitarbeiters auch mal selbst ausführen können. Also Sie machen tatsächlich, was sonst der Mitarbeiter tun würde und der Mitarbeiter ist als Coach und Supervisor an Ihrer Seite, damit Sie da auch nichts verkehrt und falsch machen. Sie können auch in diesem Zusammenhang zwischen Standards fragen und sich das zeigen lassen. Und da kriegen Sie auch einen guten Eindruck, sind die Standards schnell zur Hand, gibt es Standards, muss man die Standards verbessern, muss man sich aber ändern oder Ähnliches. Oder Sie suchen sich eine ganz bestimmte Verschwendungsart aus und legen Ihren Schwerpunkt darauf, zum Beispiel unnötiger innerbetrieblicher Materialtransport. Auch wenn Sie dann nur dieses Fokusthema nehmen und durch den Betrieb laufen, sehen Sie auf einmal ganz, ganz viele andere Dinge. Wenn dann hier mit so einem Gabelhubwagen zum Beispiel die ganzen Paletten durch die Gegend gefahren werden und das eigentlich viel, viel unnötige Wege dabei sind, das fällt dann einfach mit so einem Fokusthema wirklich auf. Oder Sie wollen eine engere Beziehung zu Ihren Mitarbeitern aufbauen und der Zweck des Gabelhubwarks ist dann eben tatsächlich auch mal das Smalltalk. Auch das ist natürlich ein Zweck, aber es sollte eben ein bewusster Zweck sein. Also Vorbereitung im Sinne von Einplanung und Zweckfindung sind entscheidend für den Erfolg Ihres Gabelhubwarks. Wen sollten Sie jetzt auf Ihrem Rundgang durch den Betrieb mitnehmen? Wie so ein Chefarzt durch die Gänge schweben und dahinter mit zwei Meter Abstand sind dann irgendwie ganze Atlaten von Assistenten und die alle notieren und schreiben? Schwierig. Also ich würde mich da als Mitarbeiter einfach unwohl fühlen, wenn dann so der Chefpulk an mir vorbeizieht. Ganz ehrlich, machen Sie Ihren Rundgang doch alleine. Manche raten dazu, mit mehreren Personen diesen Rundgang zu machen, aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass die echten Hinweise durch die Mitarbeiter dann eher unterbleiben. Also da spielt auch Vertrauen und Vertraulichkeit eine große Rolle und die ist halt eher gegeben, wenn Sie alleine unterwegs sind und dann ein Mitarbeiter Ihnen einfach was zeigt oder nicht immer Angst haben muss, dass dann 85 andere Ohren einfach auch mithören. Besonders ist dabei auch die Art der Kommunikation. Seien Sie also wirklich offen, interessiert, freundlich, lächeln Sie, nicken Sie, wenn Sie etwas erklärt bekommen, fragen Sie auch höflich nach, wenn Sie etwas nicht verstanden haben, aber spielen Sie bitte nie den Besserwisser. Wichtig ist es, die Eindrücke auch zu dokumentieren, um die Maßnahmen oder offenen Punkten konsequent nachzufolgen. Mit zwei kleinen Werkzeugen, nämlich mit A-Work und OneNote geht es relativ einfach. Und das kann man auch schön dann mit Smartphone machen oder mit seinem Tablet sich die Natschützen dazu machen oder ganz normal mit einem Klemmbrett. Aber wer sich A-Work und OneNote das Zusammenspiel nochmal genauer anschauen will, habe ich hier nochmal ein Video dazu gemacht. Das ist eigentlich das ideale Werkzeug für Firmenrundgänge. Gerade die Nachverfolgung von Maßnahmen muss eben sichergestellt sein und Teil der Vorbereitung auch für den nächsten Gempa-Walk. Also immer wenn Sie etwas mitgenommen haben, dann muss das auch als offene Aufgabe nachverfolgt werden. Sei es, dass es Aufgaben für Sie selber sind, wo ein Mitarbeiter Sie um Hilfe gebeten hat oder eben auch, wo Sie bestimmte Dinge umgesetzt haben wollen, damit klar ist, dass da nichts unter den Tisch runterfällt. Weil das bringt letztendlich dann die Autorität Ihrer Person, dass Sie das ernst meinen. Und wenn Sie nach einem Standard gefragt haben und dieser erst erstellt werden müsste, dann fragen Sie doch im nächsten Gempa-Walk nach, ob er fertig ist oder ob man denjenigen dabei unterstützen kann, diesen Standard zu erstellen. Und dieses Nachhalten bringt eben auf Dauer unwahrscheinlich viel. Das sind die ganz vielen kleinen Verbesserungen, die sich aber unheimlich aufsummieren und den Betrieb wirklich wahnsinnig nach vorne bringen. Und als Bonustipp, Probleme im Unternehmen sind fast immer vernetzt oder haben Abhängigkeiten in andere Bereiche rein. Also wenn Sie eine Engpassmaschine haben und da gibt es Schwierigkeiten, dann ist das nächste Problem gar nicht so weit weg. Dann müssen Sie aber mal schauen, wo eben dann dieses Thema eben noch vielleicht auftritt. Zum Beispiel in der Materialzulieferung oder dem Materialabfressport oder Ähnliches. Behalten Sie also beim Gempa-Walk den Überblick über das Gesamtunternehmen. Und wenn Sie Verbesserungsmaßnahmen als Ergebnisse des Gempa-Walks anstoßen, dann sollten Sie diese ebenfalls ganz strukturiert angehen und Stück für Stück lösen. Und dafür eignet sich ganz besonders das berühmte A3-Berichtsblatt oder der A3-Report oder auch der A3-Problemlösungsblatt genannt. Was das genau ist und wie man ihn ganz leicht an der Shopfloat-Tafel verwendet, das ist das Thema im nächsten Video. Wir sehen uns gleich. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.